Der blinkt schon noch. Was soll ich denn machen? Ich schiebe mich auch so weg. Versuch mal zu schieben. Aber wir haben sie schon tragen müssen. Oh, jetzt geht's aber runter. Eine Durchsage der Polizei. Wir beginnen jetzt mit den Abbrucharbeiten für die Umzäunung. Bitte begeben Sie sich von der Umzäunung weg. Wenn Sie das nicht tun und sich aggressiv den Kollegen entgegenstellen, müssen Sie damit rechnen, dass wir Sie wegen Widerstand auch entsprechend mitnehmen und in Gewahrsam nehmen. Wenn Sie, ich wiederhole, wenn Sie wie versprochen oder verabredet, Ihren Protest in passiver Form weiter durchführen wollen, setzen Sie sich auf das Gelände und wir werden Sie wegsagen. Stellen Sie sich den Einsatzkräften entgegen. Werden wir das als Widerstand wehren. Insbesondere das aktive Einschlag, getreten oder spucken, kratzen auf Kollegen ist ein Widerstand im Sinne unseres Strafgesetzbuches. Ich fordere Sie auf, den Anweisungen der eingesetzten Kräfte folgen zu leisten. Bitte folgen Sie den Anweisungen. Das heißt, wenn Sie aufgefordert werden, mitzugehen, leisten Sie dieser Aufforderung keinen Widerstand. Danke für Ihre Verstiftung. Danke für Ihre Verstiftung. Schöne vorne bei Kupi attraktivieren. Hier meine Kupi. Hier meine Kupi. Hier! 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 Noch mal die Aufforderung der Polizei. Ihre Leute sind in mir in Verhandlungen getreten und haben gefragt, wo der Grad der Toleranz für die Polizei ist. Sie haben klare Absprachen getroffen, an die wir uns auch halten werden. Meine Bitte ist, halten auch Sie sich an die Absprache. Wenn Sie aufgefordert werden, mitzugehen, leisten Sie den Anforderungen der Polizei Folge und leisten Sie keinen Widerstand. Wir werden im Einzelfall noch differenziert Maßnahmen treffen und gegen Sie vorgehen. Ich weise jedoch darauf hin, dass wenn Sie sich den Beamten entgegenstellen und wenn es zu aggressivem Handeln kommt, die Polizei war ab zu körperlichen Zwangen oder unmittelbaren Zwangen von körperlicher Gewalt, Einsatz von Pfefferspray oder gegebenenfalls auch des Einsatzmehrzweckstoffeinsätze. Wir wollen das alle vermeiden. Bitte folgen Sie den Anweisungen. Die Idee können sowieso nicht zerstören. Was soll er denn? Die können dann Kampen zerstören, aber die Idee können sie sowieso nicht zerstören. Die Armschocken machen die Drecksarbeit und die, die jetzt verzappt haben, die sitzen und trinken Kaffee irgendwo. Eine Durchsage der Polizei. Wir haben aus Ihren Reihen einen epileptischen Anfall. Das heißt, die Einsatzkräfte sind bemüht, dieser Person Hilfe zu leisten. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Polizeibeamten Folge und stören Sie nicht auch noch solche Maßnahmen, die der Gesundheit Ihrer Teilnehmer dient. Wer hat denn den epileptischen Anfall? Und jemand von uns. Ich wiederhole meine Durchsage. Aus Ihren Reihen ist ein Teilnehmer zusammengebrochen. Möglicherweise aufgrund eines epileptischen Anfalls. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Polizei Folge, damit wir dieser Person Hilfe leisten können. Ich sehe ja bisher noch nicht mal Rettungswagen. Der Rettungswagen ist unterwegs. Der Rettungswagen ist jetzt erst unterwegs. Der müsste eigentlich von Anfang an dabei sein. Eigentlich traurig. Nicht mal das kriegen Sie auf der Reihe. Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Der junge Mann mit der Geilforsmaske und dem Hund vollenden Zaun. In Ihrem Fall bitte ich Sie, sich mit dem Hund Polizeikräften zu nähern und die Versammlung freiwillig zu verlassen. Wenn der Hund in irgendeiner Weise auf die Kräfte zugeht, sind diese gehalten, sich zur Wehr zu setzen. Es ist dem Tier gegenüber nicht zu verantworten, sich so zu verhalten. Bitte leisten Sie der Anweisung Folge. Bitte. Wo ist der mit dem Hund? Hinter mir? Ja. Da ist er jetzt. Aber der war doch drin, oder? Hm? Der war glaube ich sogar drinnen. Nee, der war gar nicht drinnen. Ja, meine ich ja. Der war nicht drinnen. Der war nicht drinnen? Nee, der wollte rein. Okay. Der war nicht drinnen. Ich bin 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 drinnen.